Herzlich Willkommen zum Spätiwell 2022, präsentiert von Lotto Berlin und zum Glück Berlin. Es war wirklich großartig. Es war so eine schöne Leute, die spielen zu können und das Wetter war sehr gut. Es war ein guter Sound zu spielen, also ich habe es viel Spaß gemacht. Es war mega geil. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich finde die Atmosphäre sehr nice. Es kamen auch immer mehr Leute nach vorne und haben mitgemacht. Es ist eine geile Sache. Es war definitiv eine gute Erfahrung. Vielen Dank.